Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinen Podcast Episode 281. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Und einmal mehr bin ich nicht alleine. Die Chefin hat sich reingeschlichen. Und er meint nicht den Hund. Nee, er meint ja nicht. Er meint die Ninja-Keschi. Wir müssen das unbedingt zusammen machen, weil es so eine flauschige, Flausche-Woche war. Mit ganz viel Besuch. Dem Ganzen? Dem Ganzen Besuch. Das war schön. Ja. Montag ist Roddy wieder abgereist. Das war traurig. Ja. Und wir haben dann erstmal, ja, ich bin, was haben wir gemacht? Wir haben ein bisschen aufgeräumt. Wir haben ein bisschen, haben wir? Ja, beide. Mhm. Okay. Ja. Das war super. Eigentlich war unser Haus die ganze Woche ein großes Chaos. Das stimmt. Also alles wie immer. Alles wie immer, nur Dollar. Ja. Ihr könnt uns besuchen kommen, aber erwartet nicht, dass wir aufräumen. Nee, wir sind nicht bescheuert. Wir sind so, also ich bin immer so, ich räume auf, so den ganzen Tag und dann kommt der Besuch und ich so, oh sorry, ich bin gar nicht zum Aufräumen gekommen. Damit es so halbwegs sozial akzeptabel ist. Genau. Nein, ich habe mir das abgewöhnt. Ist auch Quatsch. Und abends gab es, als Judith und Stefan dann endlich da waren, Pizza vom Grill. Das habe ich mir notiert. Wir hatten nämlich noch so ein bisschen Hefebernt übrig. Ja, aber Hefebernt war ein bisschen flüssig, hat sich ein bisschen. Darüber weiß ich ja nichts. Ach so, du hast das Massaker am Grill gar nicht mitbekommen. Ja, also Pizza zubereiten am Grill ist ja mehr deine Aufgabe als meine, weil ich schnall's nicht. Nein, das tust du nicht. Nee. Wenn der Teig zu flüssig ist, dann hält er nicht. Und dann kann man ihn nicht so elegant von diesem Schiebedings auf den Pizzastein machen und plötzlich ist überall Tomatensauce. Achso. Tomatensauce. Tomatensauce war das ja selbstverständlich. Es war nur Tomatensauce. Genau. Es ist trotzdem noch was übrig geblieben. Trotzdem, also wir haben uns echt angestrengt, die ganze Pizza aufzuessen. Aber es war immer noch Teig übrig. Die haben wir dann am nächsten Morgen verknuspert als Brötchen. Wir haben Brötchen gemacht. Eins ist noch übrig. Ja, und warum ist ein Brötchen übrig? Weil das keiner mehr essen wollte. Und weil es jetzt ein Berndstein ist. Und unsere Küche ist jetzt ein Berndsteinzimmer. Danke, Daniel. Es ist wahnsinnig hart geworden, dieses Brötchen. Aber wir haben das ja auch gleich ideologisch aufgeladen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Warum musste dieses Brötchen übrig bleiben und was ist da der... Ich weiß nicht. Ich habe geschrieben, dass Potsdog Blues erst anfängt, wenn das letzte Krümelchen von Hefebernd weg ist. Also musste vielleicht ein Brötchen übrig bleiben. Genau. Und wo wir gerade... Daniel hat das Wort geprägt von Berndsteinzimmer. Der kam nämlich mittags mit seinem Minicamper in unser Carport rangiert. Das Berndsteinzimmer? Nein. Daniel. Das ist der Daniel. Ja. Kannst du ein bisschen weiter vom Mikrofon weggehen? Man hört dich noch. Ja. Das was? Mikrofon ist die Spiele. Entschuldigung. Lernen wir nächstes Mal. Ich kann das nicht so gut. Nee. Als Daniel dann da war, sind wir nämlich, also fast alle von uns, nach Friedrichstadt gefahren. Ja, ich hatte letzte Woche Urlaub für den anderen Besuch. Jetzt hatte ich ja einen Urlaub. Genau. Und ich habe mir dann immer nur berichten lassen, wie schlecht organisiert eure Touren waren. Im Gegensatz zu meinen super organisierten Touren. Weil deine super organisierten Touren 17 Stunden gedauert haben. Zehn. Und 800 verschiedene Punkte umfasst haben. Acht. Naja. So. Wir haben halt ein Dings pro Tag gemacht. Wir waren in Friedrichstadt. Ja. Viel zu wenig. Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Also, soll ich von meinem Eiderstedt-Tag erzählen? Mach mal. Mein Eiderstedt-Tag mit Besuch war so, wir waren in Friedrichstadt, Kajak fahren. Dann waren die wir im Multimar-Enterning. Dann waren wir im Freibad-Enterning, weil Dennis unbedingt baden gehen wollte. Es war aber Niedrigwasser. Es war Niedrigwasser im Freibad? Nein. Hä? Wir konnten nicht in der Nordsee baden, weil Niedrigwasser war. Ah. Deswegen sind wir ins Freibad gefahren. Ah. Dann sind wir aufs Eidersperrwerk gefahren. Also zum Eidersperrwerk. Mit einem Abstecher über Welt. Natürlich. Welt ist nämlich ein kleiner Ort in Nordfriesland. Da kann man auf Weltreise gehen. Hihihi. Hihihi. Ich finde es witzig. Ich tue es, als würde ich es nicht witzig finden. Aber ich finde es witzig. Dann waren wir in St. Peter-Ording am Strand. Und dann waren wir zum Sonnenuntergang in Westerhefa am Leuchtturm. Ja. Und ich finde, das ist ein gutes Tagesprogramm. Ja. Sonnenuntergang war an dem Tag um 21.45 Uhr. Und losgefahren seid ihr um 8. Äh, nee, glaube ich nicht. Na, dann war es halt. Einstellige Uhrzeiten sind nicht für mich. Ja. Trotzdem. Na, wir waren halt in Friedrichstadt. Ach ja, in Friedrichstadt. Genau. Genau. Und wir sind Tretboot gefahren für ungefähr eine Stunde. Und haben danach ein Fischbrötchen gegessen. Und dann haben wir abends gegrillt. War ein super Tag. Ich fand, du brauchst gar nicht den Kopf schütteln. Das war ein super Tag. Das stören die auch nicht, ne? Nee. Ja, mach weiter. Du hast ja einen Plan. Ich hab mir nur so eine grobe Notizensammlung aufgemacht. Zum Beispiel, dass am Mittwoch Inga und Vera gekommen sind. Das war schön. Gut. Die waren auch gegen Mittag dann da. Und wir haben uns gleich auf den Weg gemacht. Na, gleich. Also relativ zügig. Weil wir nämlich dann uns auch mal den Westerheber Leuchtturm angucken wollten. Das war interessant. Wir sind also mit zwei Autos gefahren. Und ungefähr 500 Meter, bevor es in Gardingen rechts abgeht, Richtung Westerheber, guckte Inga vom Handy hoch und sagt, im anderen Auto schreiben sie, sie haben Hunger. Und da waren wir gerade an den Restaurants in Gardingen vorbeigefahren. Er sagt, ja, okay, dann. Schlechte Planung. Wir sind also gerade ausgefahren zum Waffelstübchen in Tating. Ja. War auch super geil. Bis auf die Tatsache, dass das Ding geschlossen hatte. Obwohl dran stand, außen an der Tür war ein Zettel drin. Heute geöffnet bis 17.30 Uhr. Und erst nachdem Daniel dann drei Minuten auf die Tür geguckt hat und die ganzen Zettel gelesen hatte, ist ihm aufgefallen, dass das an dem Tag gar nicht offen war. Naja, wir sind schräg gegenüber in den Eiderstädter Krog gegangen. Und da müssen wir auch mal unbedingt hin. Weil die nämlich 1300 Salz- und Pfefferstreuer an der Wand in so Setzkästen haben. Super geil. Ist echt geil. Das war zum Beispiel einer, ein Paar geformt. Der Salzstreuer waren Delfinen, der Pfefferstreuer ein Hai. Oder R2D2 und BBA. Wir sind meine liebsten Tiere. Nach Delfinen. Die können Haie töten. Mit der Nase. Deswegen habe ich sie immer so gerne im Podcast. Wer mir als erstes schreibt, aus welchem Film das Zitat ist, kriegt eine Podkarte von mir. Also es funktioniert genau dann mit der Mikrofondisziplin, wenn du hier irgendwas torpedierst. Ist dir das mal aufgefallen, dass du immer nur dann super ins Mikrofon sprechen kannst? Alter. Aber es ist ein sehr guter Film. Jedenfalls hat uns das Essen sehr gut geschmeckt und die Leute waren sehr freundlich im Eiderstädter Krog. Nein, die Leute können keine Haie töten. Stimmt das überhaupt? Delfine? Ja. Ja, na klar, stimmt das. Das ist sogar schon mehrfach passiert. Ja, genau. Der arme Hai. Kleiner Tipp mit Hugh Grant. Nur ein bisschen. Der Hai hat nichts mit Hugh Grant zu tun. Mach weiter. Ja, ja. Ich bin gar nicht hier. Ja, schön wär's ja. Was? Das Essen war sehr gut und der Service auch. Die waren sehr freundlich. Deswegen gerne wieder. Es gibt eine Buchvorlage aus den 90ern, glaube ich. Also ein Buch, das wurde dann verfilmt. Das andere Kulina. Achso, Quatsch. Wir waren ja dann noch in Westerhewe am Leuchtturm. Das war auch sehr, sehr gut. Da war überraschend viel los. Der Parkplatz war ziemlich voll, aber kein Wunder. Es waren ja auch ungefähr 800 Grad und super Wetter. Ein Foto vom Leuchtturm findet ihr in den Shownotes. Und was mich super geärgert hat, einerseits hat da jemand auf dem Deich sitzend im Nationalpark Wattenmeer seine Drohne fliegen lassen. Super verboten. Richtig dumm auch. Und richtig dumm. Und zum anderen haben wir auf dem Weg zum und auf dem Rückweg vom Leuchtturm ungefähr 600 Gramm Zivilisationsmüll gesammelt. Das hat mich auch geärgert. Weil das ihr den gesammelt habt? Ja. Aber die Tatsache, dass da irgendwie auf, keine Ahnung, sagen wir mal, zwei Kilometer Strecke Millionen von Kippen rumliegen, wenn hier irgendwie acht Wochen Dürre war und es alles staubtrocken ist und sofort anfangen kann zu brennen. Das fand ich kacke. Menschen sind Arschgeigen. Ja, und einen Zigarettenstummel können noch, ich weiß nicht, mehrere Kubikmeter Erde verseuchen. Und Delfine töten. Mit der Nase. Was? Moment. Richtig. Wir mussten uns ein bisschen beeilen auf dem Rückweg, damit wir noch vor 18 Uhr bei meinem Lieblingsfischhändler ankommen. Ich hatte mir nämlich erlaubt, eine Seite geräucherten Lachs zu bestellen. Und das war ausgesprochen gut. Mit Pfeffer war der bestreut, hat dann auch locker für uns alle gereicht. Das war fantastisch. Und am Donnerstag brach die Reisegruppe auf Richtung Hoge. Haben wir uns auch inspirieren lassen. Ja, ich war die Woche vorher auch auf Hoge mit dem anderen Besuch. Aber wir waren natürlich nicht nur auf Hoge, sondern vorher auch noch auf Amrum. Natürlich. Ich sag's nur. Die feinen Herrscherchen. Aber für die Jörn-Gruppe reicht halt auch nur nach Hoge zu fahren. Okay. Wir haben trotzdem den kurzen Aufenthalt. Man kann auswählen zwischen drei und ich glaube sechs Stunden Aufenthalt oder so. Und wir haben uns für den kurzen Aufenthalt entschieden. Das war dafür, dass wir dann zu Fuß unterwegs waren, ein bisschen kurz, weil wir uns aber vielleicht auch ein bisschen verlaufen haben. Und ich habe gelernt, wir beide sind einfach gegensätzliche Pole auf einem Spektrum. Ja, genau. Von overprepared und völlig vollgeknallter Terminplan auf der einen Seite bis zu, ja, habe ich schon mal gemacht, wird mir schon wieder einfallen auf der anderen. Aber zusammen ergeben wir fast einen ganzen funktionierenden Erwachsenen. Fast. Ja, nicht ganz. Kann halt auch nicht alles ausgleichen. Ja. Aber andererseits war es, glaube ich, auch ganz gut, dass wir nicht so wahnsinnig lange auf Hoge wandeln. Es war windig und kalt. Und bei uns war es so warm, als wir damals waren. Bei euch war es so warm. Wart ihr baden? Nein. Nein, das ist ein Quatsch, bei dem Wetter doch nicht. Wir waren baden. Es war regnerisch und windig und nein. Okay. Wart ihr auf allen Warften? Nein, wir waren nicht auf allen Warften, weil wir zu Fuß unterwegs waren. Okay. Wie, ihr habt euch keine Fahrräder ausgeliehen? Wir haben uns keine Fahrräder ausgeliehen. Wir hatten die Tour geplant. Okay, ich höre schon auf. Erzähl. Quatsch. Erzähl mal weiter. Es geht noch was mit Döner. Ja, genau. Wir haben nämlich nachmittags uns schön zurecht gechillt und haben dann Döner geholt, während Judith und Stefan dann abends irgendwie zum Grillen gefahren sind. Und nach dem Döner ist Daniel auch abgereist, weil er noch mehr Stationen auf seiner Urlaubsreise vorhatte. Ich würde noch was zu unserem ganzen Besuch sagen, gerne. Ja. Weil so viele Leute hier waren nicht, dass jetzt die Menschen denken, what? Warum chillt ihr mit zehn Leuten in eurer Zwei-Zimmer-Wohnung? Haben wir ja gar nicht. Nee, haben wir. Sondern? Ja, erzähl doch. Ach so. Du hast ja das Corona-Konzept für diese Woche überlegt. Ja, nee, ich wollte nur sagen, Daniel hat in seinem Auto gepennt. Stefan und Judith haben in unserem externen Gästezimmer geschlafen, nämlich im Wohnwagen. Hast du letzte Folge davon erzählt, wie wir den Wohnwagen in den Garten gestellt haben? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Na gut, musste ja auch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Wohnwagen im Garten stehen. Das bietet sich ja vielleicht jetzt an, das zu machen. Ich wusste nur nicht, ob die das schon wissen. Nee, wissen sie noch nicht. Wir haben einen Wohnwagen jetzt im Garten. Donnerwetter, wie kam das denn? Ja, wir haben nur den Zaun rausnehmen müssen und mit fünf Leuten den Wohnwagen über und, wie heißen diese Dinge? Bretter. Ja, genau, das Fachwort. Bretter. Ja, genau. Da hingelegt, damit er auch... Dankeschön, Jan. Hier, mir verschwinden immer diese... Was man beim Sprechen... Bücher. Nee, das andere. Augen. Nee, was aus dem Mund rauskommt. Zähne. Deine Zähne kommt noch nicht aus dem Mund raus. Nicht mehr, seitdem ich die Spange hatte. Womit man Sätze macht. Spucke. Nein, das andere. Anders, anders. Anders, anders. Nö. Ruckzuck. Wörter. Ach, verrückt. Ich vergesse mit dem Wörter. Ja. Ach, ist ja... Wir haben jetzt eine Wohnwagen im Garten und unsere... Und wir haben immer nur draußen gechillt mit den Gästen und so. Das heißt übrigens Morbus Bensko, wenn man die Worte nicht findet. Aber wenn Tim Bensko an der Konditorei vorbeigeht, was singt er dann? Ich finde die Torte nicht. Der stand noch nicht vor uns vorm Garten und wollte rein und hat... Hat er gesagt, ich finde die Torte nicht? Ja. Weißt du noch einmal, als Tim Bensko seine Kinder aus der Nachmittagsbetreuung abholen sollte? Und dann hat er sich verlaufen, oder? Ja, weißt du, was er dann gesagt hat? Ich finde die Horte nicht. Wir könnten ewig so weitermachen. Andauernd. Tage. Deswegen besuchen uns so wenig Menschen. Naja, also wir haben jetzt einen Wohnwagen im Garten und das ist das Gästezimmer für zwei unserer Gäste gewesen. Ja, also im Ernst, wir versuchen, wir sind schon vorsichtig. Es fehlen aber noch zwei GästInnen. Die durften drinnen schlafen. Die durften im Haus schlafen. Aber das Haus ist auch groß. Ja. Genau. Die haben dann zwei unserer zahlreichen Gästezimmer belegt. Belegte Brote gab es am Freitagmorgen. Entschuldigung, ich habe versucht eine Überleitung zu machen und... Weißt du, was übrigens total gut gegen einen Ohrwurm hilft? Ein belegtes Brot mit Schinken. Ja. Ja, apropos belegte Brote. Wir waren sehr müde am Freitag, so ähnlich wie ich gerade. Ich werde auch immer sehr, sehr müde. Ich werde immer so müde. Das ist echt so. Und haben deswegen den ganzen Tag einfach nur rumgechillt. Also das war tatsächlich auch etwas, das uns sehr gut gepasst hat, aber Gesche nicht so begeistert von war. Weil sie sagte, ihr müsst doch irgendwas machen. Ihr müsst doch jetzt mal in die Stadt gehen und soll ich euch eure Mäntel holen? Naja, und wir waren schlussendlich ja auch in der Stadt zum Glück, denn wir brauchten ja dringend Kuchen. Haben uns also Kuchen und Eis besorgt und das glaube ich sogar auch verzehrt in der Stadt. War auch schlau, wegen der Hitze. Und abends haben wir gegrillt und hatten, also es war, ja, Sascha kam noch zu Besuch mit Lebensgefährtin. Und das war, war ein ganz großartiger Abend. Samstag sind die Zwillinge abgereist, Sonntag, also heute Judith und Stefan und jetzt sitzen wir hier. Traurig. Gucken auf unsere Handys. Und sie waren wieder allein, allein. Ja, so war das diese Woche. Wahnsinnig aufregend alles. Das war schon alles? Ja, das war die ganze Woche. Wir haben ja nichts gemacht. Nee, stimmt. Wie hättest du die Woche denn geplant? Ich weiß nicht, mit Baden gehen und einer Wattwanderung und, hey, kommt uns besuchen und findet es raus. Das ist, das ist ja kein Hotel. Kommt uns nicht besuchen. Kommt uns, nacht es nicht. Husam ist scheiße. Kommt nicht her. Nee, echt nicht. Ich darf nicht öffentlich über deinen Podcast alle einladen. Bitte nicht, nein. Okay. Nein. Sonst nein. Nein. Das ist, nein. Nein. Wir haben einige ausgewählte Menschen, die zu Besuch kommen dürfen. Und das sind wenige. Naja. Naja. Das sind weniger, als die diesen Podcast hören. So viele hören deinen Podcast. Ich habe das immer noch nicht verstanden, warum. Nee, keiner versteht das. Also ich am allerwenigsten. Ich glaube, die hören einfach nur jede Folge, weil sie hoffen, dass du in einer mit dabei bist. Denn ich kann Haie töten mit der Nase. Aber im Ernst, wer weiß, aus welchem Film das ist und dass er als erstes schreibt, kriegt eine Podkarte. Schreibt mir bei Twitter, folgt mir auch, wer das noch nicht tut. Jetzt ist der Zeitpunkt. Genau. Dann der Vollständigkeit halber noch der Hinweis, dass Spreadshirt die ausstehenden 19,24 Euro bezahlt hat, die da noch rumlagen, als ich den Account gelöscht habe. Sie haben immer noch nicht bestätigt, dass der Account wirklich gelöscht ist. Deswegen bin ich sehr irritiert, aber man findet unsere Sachen schon mal nicht mehr in deren Katalog. Denn wir wollen ja kein Nazi-Kram unterstützen. Und deswegen habe ich auch mir erlaubt, eine weitere Spende an Exit anzuweisen, nämlich genau diese 19,24 Euro, aufgerundet auf 20 Euro. Und das ist der Punkt, wo zumindest meiner Mit-Podcasterin so langweilig ist, dass sie schon auf ihr Handy guckt. Und wenn euch das genauso geht, dann kann ich nur sagen, ich bin der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge erscheint. Wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Auf Wiedersehen. Tschüss.